Musik Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Singen mit Kindern. Mein Name ist Uwe Lahl und ich möchte dir helfen, dass du Kinder zum begeisterten Singen animieren kannst. Egal wo du stehst, ob du schon regelmäßig mit Kindern singst, zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule, im Kindergottesdienst, im Kinderchor oder wo auch immer. Oder ob du ganz neu anfängst und überlegst, wie du denn am besten starten könntest. Hier auf der Seite findest du genügend Hilfen. An jedem Donnerstag werde ich hier ein neues Video hochladen mit Tipps für dich, wie du noch besser mit Kindern singen kannst. Damit du kein Video verpasst, abonniere unbedingt diesen Kanal und drücke auch die Glocke, damit du eine Benachrichtigung bekommst, wenn das Video online ist. Wenn du zu einem echten Singeprofi werden möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite www.uwe-lahl.de. Ich habe dir den Link unten in die Videobeschreibung getan. Dort findest du Online-Seminare und eine ganze Menge Begleitmaterial, was dir helfen wird, mit Kindern noch besser zu singen. So, nun schau dich um auf dieser Seite. Und wenn ein Thema dich noch interessiert, das aber noch nicht vorkommt, schreib das in die Kommentare unter die Videos. Dann kann ich dir antworten oder ich kann auch ein Video dazu produzieren. Also, mach's gut. Viel Spaß.